Start Nummer 18, Karolina Schletz mit Malch Kili vom THV mit einer Laufzeit von 31,78, mit einem Sonderfehler und einem Parcoursfehler. An den Start die Nummer 21, Michael Svoboda mit Socke vom HFR Wien Umgebung. In Vorbereitung die Nummer 22, Claudia Wieper mit Heavy of Dark Spirits vom ÖSBFD. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020